Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Things Live mit Motality und heute ist etwas ganz besonderes, denn heute hat der Moo Geburtstag. Heute ist der 1.7. und ich werde ganze 36 Jahre alt. Oh, Gottes Willen. Ja, der Moo fällt auseinander. Ich hoffe immer noch, dass sich dieser George Clooney-Effekt irgendwann einstellt, dass man dann irgendwie im Alter doch noch besser aussieht als früher, aber irgendwie passiert da nichts. Aber ich habe ja Geduld. Ja, also, liebe Moo hat Geburtstag und wir werden zusammen ein bisschen feiern. Nicht heute, denn es ist ja unter der Woche, ist ja ein bisschen doof, sondern lieber da, wo ein paar mehr Leute Zeit und Lust haben mitzumachen und zwar am 5. diesen Sonntag, den allerersten Sonntag diesen Monat, werden wir uns auf Twitch.tv slash Motality treffen und ein bisschen zusammen spielen. Schade. Und das Ganze als Community. Also schöne Community-Spiele. Hör auf, auf mich zu schießen. Wir werden ein bisschen Artillerie-Party spielen. Wir werden ein neues Spiel spielen. Auch dafür wird eine Artillerie benötigt. Wir werden ein bisschen Verstecken spielen und ein bisschen Weitsprung und weiß ja geil, was uns noch so einfällt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen, aber darum soll es nicht gehen, sondern eher um das zusammen was machen, zusammen ein bisschen was spielen und vielleicht die ein oder andere nasse Windel wechseln danach, weil irgendjemand zu nah rangekommen ist. Großartig. Macht Spaß. Schaut vorbei. Es lohnt sich. So, der ist für euch. Schön, ich liebe es. Ja. Diesen Sonntag, so ungefähr gegen 13 Uhr geht es los. Wenn alles klappt, habe ich bis dahin eine neue Internetleitung und dann hoffe ich, toi, toi, toi. Klopft mal auf Holz. Ähm, das dann alles gut funktioniert und wir die Chance haben, das ganze, ja, Störungsfall über die Bühne zu bringen. Ne? Ohne Störungen wäre mal was. Das wäre mal was Neues, nachdem ja Kabel Deutschland bzw. Pure jetzt, äh, bei uns hier der letzte Mist gewesen ist und viele Streams deswegen abgebrochen, unterbrochen werden mussten und, äh, ihr wisst, das ist nervig. Das nervt wahrscheinlich auch mich mehr als euch, aber ist halt echt nicht schön. Das macht keinen Spaß. Ja. Also, diesen Sonntag haltet euch auf jeden Fall bereit und irgendwie geht hier nichts auf. Das ist sehr langweilig. Plus halb 64. Mach mal was. Wir können ja mal blind irgendwo reinhalten. Vielleicht treffen wir was. Diesen Sonntag, so gegen 13, 14 Uhr, 5. Juli geht es los und dann werden wir zusammen ein bisschen spielen. Au. Okay, wir wissen, wo die Such steht. Ähm, es gibt auch noch eine andere Kleinigkeit und zwar wird es demnächst wieder Zuschauer-Replays geben. Na, Zuschauer-Replays kann man ja hier einfach durch den, äh, Druck der Escape-Taste einstellen und dann hier runterscrollen. Unter Allgemein haben wir Gefechtsaufzeichnung aktivieren. Wenn man hier letzte oder alle macht, äh, hat man auf jeden Fall die Dateien dann unter Replays im World of Tanks verzeichnet. Diese bitte auf World of Tanks oder WOT-Replays.com hochladen. Hier zu sehen. Oben rechts anmelden. Könnt ihr einfach mit dem ganz normalen Login von eurem World of Tanks machen und dann einfach hochladen und mir den Link schicken. Bitte, bitte schickt mir nicht das File. Das werde ich löschen, denn ich habe nicht so viel Platz. Mein E-Mail-Server ist letztens schon gecrasht, musste komplett neue E-Mail-Adressen machen und die seht ihr hier. Das ist Replays at Mutality.de. Dort bitte sämtliche Dateien hinschicken. Ja, den Betreff könnt ihr einfach reinschreiben, äh, Replay für dich. Könnt ihr auch noch reinschreiben, ob es irgendwie cool war oder so, was weiß ich. Und ich habe auch keine Bedingungen, glaube ich. Ne, schickt mir einfach eure coolen Gefechte, wo ihr wirklich Spaß dran hattet, wo ihr sagen könntet, oh wow, das, das ist, das ist richtig geil. Ey, da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Oh, da habe ich irgendwas saublödes gemacht, aber es hat funktioniert. Und so eine Sache will ich haben. So. Das heißt, es wird demnächst dann wieder Replays geben, wenn ihr Lust habt. Schickt sie mir ein, ne, Betreff an Mu oder hab dich lieb oder weiß der Geier was. Ist mir völlig wumpe. Und dann in die E-Mail dann den Link zu eurem VOT-Replay. Okay. Pass auf, dass ihr das, äh, ordentlich verlinke, dass ich es auch finde. Und dann, wupp. Großartig. Ich liebe diesen Panzer. Ja. Und dann werden wir mal wieder ein paar Zuschauer-Replays, Best of Zuschauer auf dem Kanal haben. Freue ich mich drauf. So, wenn gerade ein Patch ansteht, das passiert ja bei Wargaming relativ häufig, kann es passieren, dass ich eure Replays nicht benutzen kann. Ähm, das ist leider so. Daran kann man nichts ändern. Bitte seid ihr nicht traurig, wenn dann euer Replay nicht kommt. Ich versuche halt, pro Woche dann eines zu machen. Und, ja, vielleicht seid ihr ja mal dabei. Würde mich freuen. Replays at motality.de. Achtung. Ja, komplett neue E-Mail-Adresse. Die alten funktionieren nicht mehr. Der E-Mail-Server ist tot. Das ist übrigens nicht mein Verdienst. Äh, da hat jemand andere Scheiße gebaut. Wir sagen jetzt nicht wer. Ja. Ja. Also, zwei tolle Ankündigungen. Ich hoffe, das ist für euch toll. Äh, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das ist mir das Wichtigste. Und, ja, Mu wird 37. Oh Mann. Bald kommt die große 4. Bin hier mal gespannt, wie das so läuft. Könnt ihr mir ja mal berichten in die Kommentare, falls ihr schon etwas älter seid. Äh, wie ihr euch damals gefühlt habt. Würde euch mal interessieren. Aber, noch ist es ja nicht so weit. Und, noch bin ich ja in der Blüte meines Lebens. Hab immer noch Spaß daran. Letztens wurde ich ja als, äh, ja, Mann, ne, kleiner Junge im Körper eines Mannes betitelt. Und, das stimmt tatsächlich. Ja. Ich hab Spaß an dem, was ich mache. Ich hab Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren. Und, ich schäme mich nicht dafür, dass ich an Dingen wie Computerspielen Spaß habe. Und, hab da wirklich sehr, sehr viel schon gesehen. Und, räume mich auch noch über sehr viel mehr Kram. Und, ich wette, jetzt räumt uns auch noch die Artillerie weg. Das würde so richtig, richtig gut passen gerade. Wenn ihr also Lust habt, schaut am Sonntag vorbei. Könnt ihr auch jeden anderen Tag vorbeischauen, wenn wir streamen. Aber, am Sonntag ist es wichtig. Ne, da könnt ihr nämlich mitmachen. Und, wenn ihr Replace habt, replace-at-mutality.de So, es ist übrigens das einzige Gefecht heute, welches ohne Leck kam, ne. Das ist hier noch die alte in der Verbindung. Aber drauf immer Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen was pulverisiert. Und, ja, das wird natürlich auch weitergehen die nächsten Monate und Jahre, wenn ihr Lust habt. Achso, apropos. Eine Sache. Ich hab ja Patreon laufen nebenbei. Okay, ne, damit man mich ein bisschen unterstützen kann. Es ist wirklich bitter nötig, dadurch YouTube nicht mehr so viel rumkommt wie noch vor ein paar Jahren. Das betrifft aber nicht nur mich, das betrifft alle. Und, dementsprechend, wenn ihr Lust habt, mich da zu unterstützen, ihr seid herzlich willkommen. Also, wirklich herzlich willkommen. Andere Sache ist allerdings, dass derzeit noch eine Abstimmung läuft. Die läuft auch noch bis zum, bis Ende der Woche über das nächste Community, ähm, über das nächste Patreon-Special-Video. Und im Moment ist Gleichstand. Ja, deswegen, wenn ihr schon Patreon seid oder noch nicht, ihr könnt dort noch abstimmen. Und ich brauche tatsächlich noch eine Stimme. Mindestens eine. So. 15 Sekunden noch. Kann die uns one-shotten, ihr M44? Vielleicht. Wir werden es sehen. Wir suchen mal. Da ist er. Aber irgendjemand wird sie uns wegmopsen. Ansonsten Raming-Speed. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Sau. Ja, aber wir hatten eine schöne Runde mit unserem KV2. Und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß auf meinem Kanal. Denn, äh, ich freue mich immer, wenn ihr da draußen irgendwas feiert, was passiert, was auch nicht passiert. Wenn ich irgendwie da Blödsinn mache oder, wie beim letzten Warthunder-Video zum Beispiel, mit, äh, mit Nebelgranaten schieße. Also, ich freue mich immer, wenn, oh, oh, wir haben einen Stier, oh, das ist ja perfekt, wir haben einen Stier gekriegt. Ja, ich freue mich immer, wenn ihr, ähm, Kommentare da lasst, liked oder die Glocke aktiviert, wie auch immer. Danke für euren Support. Danke für die letzten paar Tullenjahre. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, es geht auch noch weiter. Und die Q wird jetzt 37. Aber ansonsten wird sich nichts ändern. Es kommt sogar noch wieder was dazu. Denn, ja, es gibt wieder Replays. Replays at Mutality.de Wir sehen uns im Stream. Macht's gut, bis bald, Herr Mo. Bis bald. Bis bald. .